Es ist Teil des DMP, direkt aus Metro City und ich präsentier euch den verrücktesten Helden, den die Welt je gesehen hat. Megamind, lass krachen! Megamind, 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 direkt aus Metro City. Megamind, 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 Megamind. Er ist der Bösewicht der Geschichte, der Übeltäter, doch er ändert sich, ändert alles, denn er ist schließlich Megamind. Und sein Komplize ist ein Raumfisch, ob du's glaubst oder nicht. Wer bist du? Megamind, Megamind, definitiv einer der abgefahrensten Filme aller Zeiten, Digger. Ganz genau. Megamind, durch mich sieht das Böse so gut aus. Megamind, 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 ich hoffe, nirgends. Von DreamWorks, Baby. Das ist nicht dein Ernst, oder? DreamWorks Megamind, in 3D. Die Untertitelung des ZDF, 2020